hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum mittwochsupdate hier auf dem kanal mein name ist julia aurelia und heute ziehen wir mit dem magic soul tarot wieder die 15er legung sprich wir starten mit fünf karten schauen wo wir aktuell sind was die aktuellen energien sind und dann wie sich diese situation weiterentwickelt diese legung ist besonders schön weil sie hier oft themen rauskristallisieren bezogen auf unsere persönliche oder spirituelle weiterentwicklung dementsprechend starten wir sofort mit den karten hier auch noch mal ein kleiner hinweis vorweg das seelenreise handbuch tarot meditationen geht aus den handel aus dem handel so rum und da gibt es aktuell nur noch die exemplare die jetzt im umlauf sind das heißt wenn die weg sind dann ist es weg dann könnt ihr das nicht mehr bekommen ich schreibe euch dafür unter dieses video noch mal den link für diejenigen die das noch nicht haben aber wo das noch auf der liste ist und ihr euch das holen wollte jetzt ist noch mal die gelegenheit dazu es wird in der absehbaren zukunft was neues geben dafür und das verrate ich euch an einer anderen stelle was das sein wird jetzt gehen wir aber erst mal in die kartenlegung für heute diese legungen hier sind ich würde sagen doch ein bisschen zeitloser beziehungsweise umfassen einen größeren zeitraum ich bekomme insbesondere bei den letzten malen immer häufiger daten mit oder zeiträume schauen wir mal was sich jetzt hier zeigt also sprich die energien die sich jetzt am mittwochs update hier zeigen ist eine situation die aktuell präsent ist in deinem leben mit der du aber vielleicht schon länger zu tun hattest oder haben wirst so was sind die energien aktuell im seelen kollektiv weil ich wollte gerade aufhören wollte die aber noch rüber legen so womit starten wir da jetzt ist die als erstes rausgefallen ja dann machen wir das so also wir starten mit der herrscherin guck mal die hatten wir ja beim letzten mal schon mal so und hier noch eine weitere karte moment ich muss mal ganz kurz gucken ob wir hier alles sehen könnt das ist ja auch immer wichtig ja könnt ihr aber es muss ein bisschen rüber gedreht werden so oder ich glaube so ist besser gut also und am unteren kartenrand haben wir die vier der schwerter so ich habe das gefühl es geht für dich im moment sehr stark darum etwas neues in deinem leben entstehen zu lassen in der mitte sehen wir den magier und die herrscherin am anfang die herrscherin bedeutet dass dinge jetzt wachsen und gedeihen und aufblühen aber nicht von irgendwoher sondern weil du deine in deine zeit deine liebe investiert in eine angelegenheit um etwas eher entstehen zu lassen in deinem leben und wir haben hier im moment auch mit der königin der münzen am ende die münzen sind das erdelement da kümmerst du dich also um einen bereich deines lebens in dem du daran arbeitest in dem du vielleicht auch sehr organisiert bist und ja wirklich die zeit auch wiederum investiert königin der münzen und herrscherin sind insofern ähnlich dass das die aspekte sind die dinge wachsen lassen und aufblühen lassen und ich habe das gefühl mit dem magier in der mitte und auch mit dem ast der schwerter dass dir jetzt etwas klar wird bezogen auf eine manifestation bezogen auf einen wunsch bezogen auf ein ziel was du gerade hast wenn man wunsch sagt hört sich das immer so groß an es kann sein dass das irgendein ziel ist was du jetzt gerade erreichen möchtest wo du jetzt hier mit der herrscherin sage ich mal deine energie investiert in eine angelegenheit um dein ziel zu erreichen eine vision zu manifestieren einen wunsch zu manifestieren wir haben nach der herrscherin die sieben der stäbe das heißt ich habe das gefühl du bist irgendwie so ein bisschen noch in der abwehrhaltung wir haben hier zwar grundsätzlich und das noch mal ein bisschen weiter gesprochen grundsätzlich mit der herrscherin als einstiegskarte entwickelt sich eine situation ein lebensbereich dein leben generell oder du gerade hervorragend ein lebensbereich situation dein leben du selbst du blüßt auf hier ist wachstum auch ist hier sehr viel liebe mitgefühl und verständnis gegebenenfalls in einer situation nichtsdestotrotz haben wir die sieben der stäbe hier und die sieben der stäbe ist so ein bisschen ich habe das gefühl hier ist eine vorsicht eine abwehrhaltung gerade auch wenn ich mir die person hier auf der karte einmal anschaue das ist so okay ich bin hier sehr moment vorsicht abbehaltung es kann sein dass es irgendwas gibt wo du so ein bisschen auf alarmbereitschaft bist wo du irgendwie gerade abwartest ob du hier nochmal für dich selber ein und aufstehen musst für manche von euch auch hier wir hatten das im letzten mittwochs update das könnte ein mutterthema sein entweder ist eine mutter hier auf abwehr oder du bist irgendwie so ein bisschen auf abwehr oder du traust dem frieden gerade nicht skeptisch es kann sein dass du vielleicht irgendwie ein bisschen skeptisch bist in irgendeiner angelegenheit und deswegen so ein bisschen so ein bisschen auf abstand ein bisschen auf beobachten vorsichtig sein und ich habe das gefühl es geht um diesen lebensbereich der sich grundsätzlich gerade ganz gut entwickelt oder wie gesagt auch um ein mutterthema eine mutter oder um das element dessen das nährende element in deinem leben magier sind wir gerade schon darauf eingegangen das manifestieren irgendwas neues entsteht in deinem leben hier entwickelt sich gerade irgendwas neues und mit dem ast der schwerte bekommst du über irgendwas jetzt klarheit hier siehst du a die wahrheit einer situation oder es kommt eine wichtige information hier gerade auf dich zu bezogen auf dieses neue was in deinem leben entsteht für manche von euch wenn ihr wirklich kreativ arbeitet kann es natürlich sein dass du hier eine kleine blockade hast in irgendeinem kreativen prozess die sich aber auch jetzt zeitnah bereits klären wird mit dem ast der schwerter hier ist klarheit bezogen gefühlt auf so eine gedankliche blockade vielleicht gibt es auch irgendwas worum du dich eigentlich kümmern müsste ist so ein bisschen ab ich habe das gefühl du es gibt irgendwas worum du dich kümmerst kümmern müsstest aber hier ist so ein bisschen eine abwehrhaltung was das betrifft oder eine vorsicht und es geht um einen lebensbereich wo etwas neues entsteht oder wo du etwas neues erschaffen kreieren manifestieren möchtest ein ziel eine vision erreichen möchtest wo sich jetzt etwas klärt bezogen auf die herangehensweise vielleicht hast du einfach nur klarheit jetzt grundsätzlich bezogen auf deine ziele und visionen und dann sehen wir hier nochmal die königin der münzen auch wieder dieses kümmern um du kümmerst dich hier um irgendwas handfestes gefühlt also manche von euch machen vielleicht auch wirklich was kreativ mit den händen oder arbeiten hier oder kümmern sich um das zuhause kümmern sich um den beruf auch das kann sein königin der münzen um die finanzen kümmern um das berufliche kümmern die münzen ist halt alles was in der materiellen welt ist ne dementsprechend kann das dein beruf die finanzen sein es kann deine familie dein zuhause sein es kann sogar du du selbst sein du kümmerst dich um dich selbst um deinen körper damit es dir gut geht und wir haben unterliegend dass aktuell so eine energie von ruhe reinkommt klar da ist noch so ein bisschen abwehrhaltung aber die vier der schwerter ist eine ruhe eine entspannung aufhören sich kopfzerbrechen zu machen da ist eine stabilität in deinen gedanken du kommst vielleicht gedanklich endlich zur ruhe du kannst endlich entspannen aber ich sehe noch so eine kleine ja vorsicht oder alarmbereitschaft sag ich mal so beziehungsweise kann das natürlich auch für jemanden in deinem leben stehen wo du das gefühl hast diese person ist gerade voll auf abwehrhaltung und auch darauf kann es dann sein dass du sagst okay jetzt wird mir klar bezogen auf diese situation wo jemand vielleicht in abwehrhaltung ist wie ich das ganze jetzt angehe für manche von euch geht es darum sich jetzt um sich selbst zu kümmern die königin der münzen ist auch jemand die kümmert sich gut um sich selbst sie weiß um ihren wert hier haben wir ein sehr starkes selbstwert thema allerdings mit einem geheilten selbstwert eine situation in die du immer weiter investiert hast wo du sehr viel liebe verständnis aufgebracht hast wo aber irgendwie eine blockade ist eine abwehrhaltung könnte jetzt dazu führen dass dir jetzt etwas klar wird bezogen auf deine träume und visionen wünsche die dinge die du manifestieren lassen möchtest und wo dir jetzt ebenfalls wo sich etwas klärt und du mehr und mehr in deinen selbstwert hier wächst und schauen wir mal wie sich die situation jetzt weiter entwickelt dann spannend ja das ist witzig weil hier haben wir die entscheidung halleluja hier haben wir die entscheidung und noch mal die königin der schwerter dann haben wir den eremiten hier haben wir die fünf der schwerter und dann haben wir dort auch noch die liebenden am unteren kartenrand haben wir die vier der stäbe jetzt haben wir am unteren kartenrand zweimal die vier gehabt das heißt unterliegend aktuell sieht es so aus als ob es bei dir gerade darum geht dass wieder mehr stabilität und sicherheit in dein leben oder einen lebensbereich kommt punkt eins das sind die vierer die vierer geben uns stabilität geben uns sicherheit es kommt jetzt auf dich zu also diese situation entwickelt sich so weiter dass du hier einen meilenstein erreicht und irgendwas machst was dir einen grund zum feiern gibt es geht darum eine entscheidung zu treffen beide hier sind gefühlt sehr ich habe das gefühl die sind beide karten die darum gehen entscheidungen zu treffen die königin der schwerter ebenfalls königin der schwerter lässt die dinge los die ihr nicht gut tun hier ist sehr ein sehr rationaler eine sehr rationale herangehensweise jetzt an eine situation was ich sehr spannend finde weil wir hier mit der herrscherin starten und die herangehensweise gefühlt in der ersten reihe liebe und verständnis ist und hier dann aber das rationale reinkommt und man sagt hey jetzt muss ich mal die situation objektiv beobachten und mal schauen was denn jetzt die realität der situation ist und ich habe das gefühl hier kann zum einen noch mal eine klare kommunikation stattfinden für manche von euch ist hier eine ehrliche authentische kommunikation die stattfindet und für manche von euch geht es auch tatsächlich darum sich von energien zu lösen auch da wieder wir haben die fünf der schwerter hier wir haben die sieben der stäbe die in deinem leben oder einem lebensbereich noch für konflikte sorgen wir sehen zentral geht es gerade und ich finde es spannend weil wir haben hier die zentrale linie und wir haben ja gleich hier noch eine reihe es geht ganz viel darum gerade zur erkenntnis zu kommen zur selbsterkenntnis zu reflektieren reflektieren auch was sich für dich persönlich jetzt richtig anfühlt was ganz ganz spannend ist weil wir starten mit einer entscheidung die rational getroffen wird die objektiv getroffen wird und hier die liebenden am ende dieser reihe ist auch eine entscheidung die sich aber gleichzeitig für dich richtig anfühlt so und wir haben die fünf der schwerter hier in dieser reihe und es kann sein dass du dich zurück ziehst von einer situation dieser konfliktbeladen war eine situation die jemand der egoistisch war narzisstisch war jemand der recht haben wollte gewinnen wollte um jeden preis jemand der hier vielleicht auch jemanden ausgenutzt hat fünfter schwerter das ist die energie gewinnen um jeden preis und zum einen kann es sein dass du dich darüber dass du dich zurück ziehst oder alternativ falls diese energie schon aus deinem leben ist könnte hier eine reflektieren ein nachdenken über diese situation sein welche die hier klarheit gibt es klärt sich hier noch mal etwas zu dieser situation und auch dann kann es sein dass wir hier wie gesagt diese entscheidung noch mal haben was fühlt sich jetzt für dich richtig an ich nehme wahr dass für manche von euch diese reihe auch etwas ist was schon aktiv ist was schon stattgefunden hat zu einem gewissen grad und dass manche von euch schon mehr in der zweiten reihe gerade sind es kann auch sein dass du angefangen hast hier dich selbst schützen zu wollen sieben der stäbe etwas abzuwehren abwehrhaltung deine energie zu schützen und gerade hier wie wir das sehen mit den mit der gerechtigkeiten ort die königin der schwerter königin der schwerter ist spannend weil die duldet keinen wie sagt man dann disrespect ist englisch wie sagt man das auf deutsch respektlosigkeit so das heißt die trennt sich gnadenlos von den energien in ihrem leben und zieht da ganz ganz krassen schlussstrich die ihr einfach nicht gut tun und das liegt hier unter der abwehrhaltung abwehrhaltung etwas sich von etwas loslösen die wird etwas klar etwas bewusst über oder es klärt sich eine situation die einen konflikt hier beinhaltet mit einer anderen person ich habe allerdings das gefühl weil wir hier unterliegend in dieser reihe noch die vier der stäbe haben dass du hier einen meilenstein erreicht etwas worauf durch lange hin bewegt hast wird jetzt erreicht oder mit den vier der stäbe kommen irgendwie gute nachrichten rein oder es gibt einen grund zu feiern du bist hier ausgelassen deswegen habe ich nicht das gefühl dass die fünf der schwerter jetzt etwas ist was sich so krass runter zieht weil ich dich hier sehr stark sehr lassen wir uns einmal weiter schauen wie sich das ganze weiterentwickelt und dann gehen wir noch mal in die vertikalen hier können auch gerichtliche entscheidungen getroffen werden gerichtliche kommunikation bezogen auf einen rückzug eine abgrenzung dinge wie gesagt reflektieren flektieren nachdenken wie entwickelt sich das ganze weiter guck mal und da noch den herrscher das ist spannend weil wir jetzt hier in der ersten reihe sowohl herrscher als auch herrscherin haben da sind die vier 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 der stäbe wieder sechs der kelche reflektieren über die vergangenheit spannend dann die sieben der kelche und die sechs der münzen damit haben wir jetzt auch ein paar sechser hier oder so dann haben wir hier noch die vier der kelche unterliegend so jetzt lass mich mal ganz kurz schauen wir haben hier ist eine sechs und da ist eine sechs und da ist eine sechs dreimal die sechs zweimal die sieben hier und die viere haben sich immer wieder gezeigt okay mit den sechsen möchte etwas in den ausgleich kommen die sechser im tarot sind ein überwinden von herausforderungen das heißt zum einen wenn wir uns jetzt auf die karten nummern spezialisieren die jetzt ganz stark hervorstechen geht es für dich darum eine herausforderung zu überwinden etwas auszugleichen um wieder in der essenz wirklich mehr stabilität und sicherheit in dir oder deinem leben oder einem lebensbereich das ja noch eine vier zu spüren und das ist spannend unterliegend immer wieder vier was ich hier dann aber spannend finde ist dass es die vier der kelche sind und die vier der kelche kann auch eine herausfordernde karte sein ich habe aber das gefühl in diesem kontext in dem uns hier bewegen geht es darum dass du dich emotional stabiler fühlen ist also wir haben hier die vier der schwerter in dieser energie wo es darum geht zu heilen wo es darum geht zur ruhe zu kommen wo es darum geht dass eine dass du anfängst weniger über eine gewisse situation nachzudenken und damit quasi gedanklich zur ruhe kommst dann haben wir hier die vier der stäbe gehabt wo es darum geht dann einen meilenstein zu erreichen ein wichtiges ereignis ein wichtiges moment ein wichtiger moment der dazu führt dass du dich irgendwie freust und der dann hier in eine emotionale stabilität führt und normalerweise deutlich die vier der kelche wisst ihr ja hier diejenigen die oft hier auf dem kanal sind so nicht aber ich habe das gefühl dass es darum geht weil hier vier 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 ist und wir hier mit der vier starten hier ist schon wieder die vier wir sehen auch hier das thema sich abgrenzen sich schützen der herrscher hat ganz klare regeln ganz klare mauern hier ist auch wieder das rationale gefühlt aber hier wird gefühlt eine entscheidung getroffen die sehr im gleichgewicht ist was auch spannend ist weil wir haben hier das sternzeichen waage was der gerechtigkeit zugeordnet ist und ich habe das gefühl dass hier eine entscheidung getroffen wurde oder wird jetzt die sehr darauf sich bezieht dass du im gleichgewicht bist oder die irgendwie sehr im gleichgewicht ist zwischen hatten wir gerade eigentlich da schon gesagt ne zwischen herz und verstand und wir sagen das habe ich das hier auch gesagt das ist eine objektiv rational getroffene entscheidung die sich aber gleichzeitig richtig anfühlt für manche von euch kann das ein elternthema sein für manche von euch kann es hier auch um eine beziehung gehen die sehr signifikant ist gerade herrscher herrscherinnen sind können eine seelenpartnerschaft sein wo jetzt irgendwas objektiv begutachtet wird oder eine sehr innige verbindung sagen wir mal so eine sehr starke verbindung wo jetzt etwas objektiv begutachtet wird um eine ja balancierte entscheidung zu treffen so wir sehen hier die abwehrhaltung und auch hier auf gewisse art und weise die königin der schwerter hier ist ein aufräumen prozess die königin der schwerter ist auch noch mal ganz ganz wichtig hier es wird eine kommunikation stattfinden hier wird eine kommunikation stattfinden die dazu führt dass sich etwas klärt oder dass du etwas klar kommunizieren kannst und es bezieht sich auf eine situation die ein bisschen angespannt ist und wo das ganze hinführt ist quasi in grund zum feiern diese kommunikation wird gefühlt etwas klären so dass du hier wie gesagt einen meilenstein erreichst oder dass es hier einen grund zum feiern gibt die situation entspannt sich verbessert sich wir sehen hier die erinnerungen an die vergangenheit was wiederum spannend ist weil ich hier geht es irgendwie darum etwas neues entstehen zu lassen aber bei diesem neuen was du jetzt entstehen lässt da ist irgendwie es kommt die vergangenheit irgendwie zurück du reflektiert sehr viel reflektieren nachdenken über die vergangenheit aber auch über dich du wie du warst in der vergangenheit und ich sage das mit dem eremiten immer ganz gerne dass dieses reflektieren was der eremit macht um zur selbsterkenntnis zu kommen dient dem zu sehen wer du warst wer du jetzt bist und wie du jetzt weitermachst um der oder diejenige zu sein in der zukunft der du gerne sein möchtest und ich habe das gefühl dass es hier etwas neues in deinem leben gibt was gerade entsteht was aber irgendwie dazu führt dass du reflektiert nachdenkst über die vergangenheit oder vielleicht auch erinnerungen an die vergangenheit die gerade zurückkommen aber ich sehe ihnen sehr ich sehe dich sehr in gedanken ich sehe dich sehr achtsam und bewusst auch was das neue angeht was hier in deinem leben mit dem magier entsteht und für manche von euch wie gesagt sind das kreative projekte was sind deine visionen der magier hier im magic soul tarot manifestierten buch das kann also wirklich sehr sehr kreativer prozess sein und wir starten hier mit einem sehr kreativen prozess auch durch die herrscherin hier entsteht etwas hier wächst etwas und das sogar sehr schön wir sehen dann hier weiter dass sich für dich etwas klärt ich habe das gefühl es klärt sich etwas bezogen auf die fünf der schwerter einen konflikt in deinem leben oder eine person die sehr egoistisch ist oder wo es ja jemand der recht haben möchte gewinnen möchte um jeden preis hier klärt sich etwas was ganz spannend ist ist dass wir dann hier die sieben kelche haben was eigentlich wieder so ein bisschen da ist wieder die wolken energie drin vielleicht gab es hier emotional irgendeine verwirrung emotionale verwirrung irgendwas emotionales was dich ein bisschen unruhig hat machen lassen vielleicht war es so emotional unruhig und wusste es nicht genau warum und jetzt klärt sich hier irgendwas vielleicht bekommst jetzt irgendwie eine antwort die sieben der kelche kann auf optionen hindeuten vielleicht gibt es jetzt in einer angelegenheit mehrere türen die sich öffnen oder optionen gleichzeitig kann sich hier etwas klären in dem sinne dass du auch noch mal die sieben da hatten wir gerade noch nicht genannt weil sieben hatten wir jetzt auch zweimal hier die sieben da sind ein bisschen ein reflektieren ebenfalls was auch spannend ist weil das wieder sehr mit der eremiten energie auch zusammen geht weil hier geht es quasi darum nochmal zu reflektieren und auch mit der gerechtigkeit im übrigen das ist eine neu bewertung einer situation macht mich hier irgendwas noch glücklich und da kann es für viele sein die in einer situation sind die euch da nicht glücklich macht dass da irgendeine klarheit reinkommt bezogen auf die situation und dann haben wir die königin der münzen hier die liebenden und noch mal die sechs der münzen hier kommt irgendwas in den ausgleich durch eine entscheidung hier wird etwas gegeben es kann auch eine beziehung ins gleichgewicht in den ausgleich kommen weil sich darum jetzt gekümmert wird du kannst jetzt auch hilfe und unterstützung ist noch ein weiteres stichwort hier hilfe und unterstützung auch hier hilfe und unterstützung kommt hier noch mal rein bezogen auf eine entscheidung die sich für dich richtig anfühlt oder die sich bezieht auf eine beziehung eine beziehung könnte hier sehr helfen und unterstützend sein und dir irgendwas geben was dir was dir irgendwie hilft einen mangel oder eine herausforderung zu überwinden was ich auch wiederum schön finde ist dass wir hier enden auf die sechste münzen das heißt hier wird ein mangel überwunden wir enden quasi mit der karte mangel wird überwunden herausforderung wird überwunden stabilität und gleichgewicht ist wieder hergestellt und entweder gibt es da eine unterstützende beziehung oder hier ist eine entscheidung die du triffst weil du sagst hey ich kümmere mich jetzt gut um mich selbst und wie gesagt hier sehe ich die emotionale stabilität durch die vier kerche die sternzeichen die wir hier haben ist waage stier widder jungfrau zwillinge das sind die haupt energien durch die großen arcana karten die kleinen nehme ich jetzt nicht mit guck mal und da sehen wir auch den stern darunter okay stern ist hoffnung für die zukunft so jetzt lass mich noch mal ein bisschen schauen ich habe das gefühl dass es sehr viel aktuell für dich darum geht entscheidungen zu treffen die dazu führen dass dein leben oder ein lebensbereich oder eine situation sich stabilisiert mehr ins gleichgewicht kommt es kann hier für viele von euch wir haben hier den herrscher 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 welche hier dreieck bilden zu den liebenden es kann hier um eine sehr intensive starke verbindung gehen wo sich irgendetwas jetzt angeschaut wird eine entscheidung getroffen wird wir haben eine kleine herausforderung hier das thema kann abwehrhaltung sein abwehr irgendwas ist ein bisschen auf distanz dann haben wir die klare kommunikation welche unterstützend ist und hier in irgendeine art erfolg führt und auch hier wieder 4 4 in stabilität es stabilisiert sich hier letzten endes was für dich geht es zentral gerade sehr stark darum zu schauen wer du jetzt wer du wer du bist wer du warst und gleichzeitig was du jetzt in deinem leben entstehen lassen möchtest und darum entscheidungen zu treffen auch da wieder die sich gleichzeitig auch richtig anfühlen es ist nicht nur objektiv das ist auch etwas ich habe das gefühl hier geht gerade das ist so als ob ob zwei teile sehr das männliche das weibliche das rationale das herz irgendwas geht hier wirklich hand in hand es fühlt sich sehr danach an auf gewisse art und weise in die ganzheit nicht zwingend zu kommen aber hier fühlt sich irgendwas an wie irgendwas ist ganz irgendwas ist vollständig rund und hier kommt noch mal klarheit bezogen auf eine situation die extrem konfliktbeladen ist und wo es gefühlt sehr viel unklarheit gab da kann es sein dass sich da möglichkeiten jetzt irgendwie öffnen vielleicht wird dir auch klar dass es hier eine situation gibt oder gab fünfter schwerter die zu irgendeiner unruhe in den emotionen geführt hat und das könnte sich ebenfalls mit dem aster schwerter klären und ich nehme wahr die situation wird sich für dich entwickeln oder dieser lebensbereich oder dein leben oder worum es hier auch immer geht dahin entwickeln auch hier die liebenden das sind zwei das männliche das weibliche was hier zusammenkommt schon wieder und die energie die ich wahrnehme ist wirklich sehr ruhig ich habe das gefühl es wird ruhiger es wird stabiler aus irgendwas kommt in den ausgleich und natürlich hier dieser dieser mangel der da überwunden wird du kommst mental emotional ins gleichgewicht auch etwas was dich gestresst hat kommt das das stabilisiert sich footballer okay die karte will raus dann nehmen die etwas was dich irgendwie gestresst hat das stabilisiert sich wieder awakening ancient wisdom auch guck mal da haben wir einen kelch ja dann gehen wir gleich mal in den goldenen klang kelch würde ich sagen wir haben hier erwache die alte weisheit deep inner knowing is emerging within me tiefes inneres wissen steigt jetzt in mir auf das ist auch spannend weil das im prinzip das ist was wir hier sehen und guck mal die goldene farbe spiegelt sich sogar hier eben ihre mieten wieder für manche von euch kann es natürlich sein dass jetzt erinnerungen geweckt werden oder wissen an die oberfläche kommt auch aus vergangenen leben die sechste kelche kann für die vergangenheit auch insoweit stehen dass wir so weit zurückgehen können wie vergangene leben gerade mit dem magier ist es spannend weil gefühlt etwas aus der vergangenheit sich im jetzt irgendwie manifestieren möchte oder manifestiert machen wir noch mal die lenis dazu so wir gehen jetzt in die lenis einmal rein wie ich das am anfang mal gemacht habe hier in dieser legung und zwar erst mal in die herrscherin und beides hat mit wasser zu tun und auf beiden ist ein schiff hier kommt irgendetwas aktuell wirklich in bewegung was sich bezieht auf langzeit ziele ich habe das gefühl langzeit ziele reise um zu bewegung übergangsphase fülle was spannend ist weil es ist die karte der fülle wir haben keine mangel karte in dem sinne aber ich sehe dass hier definitiv ein mangel beziehungsweise ein konflikt überwunden wird es kann sein dass deine finanzen jetzt wachsen dass die gefühle wachsen vielleicht hast du etwas hinter dir gelassen oder hast dich auf etwas hinzubewegt es kann sein dass du viel reist sehr aktiv bist oder vielleicht im wahrsten sinne des wortes hier geld in eine reise finanziert hast oder irgendwas im ausland eine reise ein umzug der letzten endes aber dazu geführt hat dass du oder ein lebensbereich aufblüht hat vielleicht hier auch ein bisschen geld gekostet wobei ich sehr stark wahrnehme dass hier sehr viel aktuell gerade ins fließen kommt so wir gehen hier mit den lenis in die erste karte in die mittlere und dann in die letzte karte die mittlere ist dann hier der eremit eine zusatzbotschaft bitte für den eremiten ach guck mal und da die sterne du bekommst gerade sehr viel klarheit ich habe das gefühl du bist auf dem richtigen weg sehr viel klarheit auch spannend hier ist zwar dieses reflektieren hier ist die vergangenheit erinnerungen an die vergangenheit reflektieren über die vergangenheit über dich energien aus dem vergangenen leben die hier vielleicht noch mal hoch kommen aber ganz viel um irgendwie ganz viel klärt sich gerade und dadurch klärt sich für dich auch ganz viel bezogen auf das neue was jetzt in deinem leben entsteht wir haben hier auch wenn wir die sechste kelche haben erinnerungen an die vergangenheit so haben wir auch ganz starken zug nach vorne nämlich dahin etwas neues zu manifestieren oder dass etwas neues entsteht in deinem leben so irgendwas sieht hier auch sehr erfolgsversprechend aus was ich spannend finde ist dass das dass die sterne auch das thema bestimmung sein können schicksal und bestimmung und moment mir ist gerade was anderes aufgefallen ein moment schicksal und bestimmungen und wir haben hier eine reise es geht mit einer reise los das heißt ich habe das gefühl hier ist eine sehr schicksalhafte reise eine reise in richtung bestimmung in richtung es fühlt sich an wie das ist der nächste stopp auf deinem seelenplan und was ich auch spannend finde ist dass wir hier die zehn der moment was heißt es in peak ne das sind die zehn der schwerter also habe ich das gefühl dass du hier irgendwas dass hier irgendwas beendet wurde abgebrochen wurde auf ein aufbruch stattgefunden hat ob mental emotional im wahrsten sinne des wortes und hier haben wir die sechs der herzen und das sind die sechs der kelche auch da habe ich das gefühl es klärt sich es klären sich energien bezogen auf die vergangenheit die sechs der münzen und noch mal hier die kommunikation ich habe jetzt zweimal die botschaften hier dass kommunikation etwas in den ausgleich bringt erfolgsversprechend ist hier wird dir irgendwas gegeben vielleicht wird ja auch in den brief gegeben eine nachricht übermittelt diese aber wieder hilft einen mangel in den ausgleich zu bringen eine herausforderung zu überwinden so in diesem sinne habe ich das gefühl sind wir jetzt fertig ja hier ist noch eine 7 moment wobei da die sieben der schwerter auch noch sind eine herangehensweise eine strategie irgendeine herangehensweise oder strategie könnte hier dazu geführt haben dass jetzt etwas ich habe das gefühl irgendwas war die richtige entscheidung hier und ihre richtige herangehensweise weil es letzten endes dazu führt dass hier etwas gegeben wird und in den ausgleich kommt so ihr lieben in diesem sinne sind wir durch mit dem mittwochsupdate wir werden jetzt einmal in den goldenen klankreich gehen da wir ihn hier schon einmal auf der karte haben das heißt für all diejenigen die jetzt sagen ich könnte ein bisschen entspannung nicht gespannung entspannung gebrauchen darf ich dich einladen jetzt noch mal deine augen zu schließen und einen tiefen atemzug in deinen bauch zu nehmen spüre wie neue frische energie in deinen körper fließt und mit jedem ausatmen anspannungen und niedrig schwingende energie dein system verlassen aus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020